Hallo Leute und willkommen zu meinem Video über iOS 11 auf dem iPad. Das iPad hat hier unter iOS 11 ganz eigene neue Funktionen bekommen, endlich, darauf habe ich schon lange gewartet, dass wir nicht einfach eine 1 zu 1 Kopie von allen Funktionen vom iPhone auch auf dem iPad haben, sondern dass es hier wirklich ganz eigene Anpassungen gibt. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was das iPad alles unter iOS 11 kann. Ich möchte da zuerst einmal mit der Files App anfangen, die sehr ähnlich ist wie der Finder auf dem Mac. Ihr habt hier eine sehr schöne Ordnung all eurer Dateien auf dem Mac, das könnt ihr dann auch mit diesen Tags hier versehen und habt ihr wie gesagt eine ganze Übersicht, ihr seht dann auch hier unten wie viel iCloud Speicherplatz ihr noch habt und das Ganze könnt ihr dann nach Datum, Größe und so weiter ordnen und in den Ordnern habt ihr dann wiederum die Möglichkeit das weiter zu ordnen mit Unterordnern, also wie gesagt sehr ähnlich wie der Finder auf dem Mac. Ihr habt dann die Möglichkeit auch Sachen hier zu verschieben, das heißt ich möchte ihr könnt einfach eine Datei nehmen und irgendwo hinfallen lassen, wohin ihr das wollt, könnt mit dem anderen Finger zum Beispiel auch navigieren und die Datei dort dann hinfallen lassen und dann theoretisch auch wieder so zurückkehren über diese Buttons, also das Ganze ist wirklich sehr gut und sehr praktisch gelöst worden. Eine nächste große Erneuerung auf dem iPad ist das Dock, auch das ist wiederum sehr ähnlich wie auf dem Mac, das könnt ihr von überall her hinaufziehen, egal wo ihr seid und habt dann da standardmäßig diese Apps da unten und könnt dann ganz einfach wie bei einem App-Switcher sozusagen zwischen euren Apps schnell hin und her wechseln. Auf der rechten Seite werden immer die Apps angezeigt, die ihr zuletzt benutzt habt, also die können variieren. Über so einen längeren Wischern nach oben kommt ihr in die Multitasking-Ansicht, ich zeige euch das nochmal, also einfach ein bisschen länger nach oben wischen, da habt ihr dann die Möglichkeit auch so direkt auf die Apps zuzugreifen im Hintergrund laufen. Hier auf der Seite habt ihr euer Control Center, sieht eigentlich genauso wie auf dem iPhone aus, ist nur eben anders angeordnet und da könnt ihr auch, wenn ihr länger mit eurem Finger drauf bleibt, also so ähnlich wie 3D-Touch, sage ich einmal, diese Menüs erweitern und an dieser Stelle kann ich euch auch gleich mal die Split-View-Ansicht zeigen, wie funktioniert das. Ihr holt zum Beispiel das Dock einfach in die Höhe und könnt jetzt eines dieser Apps auswählen, zum Beispiel die Apple Music App in dem Fall und lasst das dann einfach hier ganz rechts fallen und dann öffnet sich das auch schon in diesem Split-Screen-Modus und ihr könnt über diesen mittleren Button hier das anordnen und sagen, welches Fenster soll größer oder kleiner sein oder soll es genau geteilt sein. Ihr könnt das dann komplett wegwischen auf der Seite, die linke oder die rechte App und euch für eine entscheiden. Und eine andere coole Sache ist, wenn ihr jetzt in der Split-View-Ansicht seid und ihr wollt eines dieser Apps gegen eine andere App tauschen, dann nehmt ihr einfach diese App, zum Beispiel die Files-App und könnt dann das Fenster auswählen, zum Beispiel jetzt rechts und dann wird die Music App hier von der Files-App direkt ersetzt. Über den Wischer von oben nach unten, über diesen kleinen Streifen, könnt ihr in diese andere Ansicht wechseln. Die lässt sich auch direkt aufrufen, indem ihr eine App nehmt und nicht ganz rechts, sondern ein bisschen weiter Richtung Mitte fallen lässt und dann könnt ihr das Ganze auch verschieben, links oder rechts. Das ist eben nicht direkt eine Split-View-Ansicht, aber so eine Art Multitasking-Ansicht, sage ich mal. Aber auch das lässt sich dann direkt in die Split-View-Ansicht wechseln oder die App lässt sich direkt vergrößern. Eine andere coole Sache ist, wenn ihr jetzt in der Split-View-Ansicht seid und ihr geht aus dieser App oder aus diesen zwei Apps direkt heraus, seid wieder am Homescreen, dann ist das Ganze hier im Hintergrund nach wie vor geöffnet. Also das sieht man hier im Multitasking sehr gut und ihr könnt dann direkt drauf gehen und bekommt das wieder genauso angezeigt. Die nächste große Funktion ist Drag & Drop. Das zeige ich euch mal hier anhand eines Beispiels. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Fotos-App offen, nehmen einfach ein Foto und können es hier direkt zur iMessage hinüberziehen, wenn wir das jetzt jemandem schicken wollen. Ein anderes Beispiel wäre jetzt hier auch zum Beispiel die Notizen-App. Die lassen wir jetzt statt der iMessage-App hierher fallen. Und auch da kann man einfach von irgendwoher, zum Beispiel aus der Fotos-App, eben ein Foto hierher ziehen und kann diese Dateien eben im ganzen System hin und her verschieben. Und genauso ist es möglich auch von einer dritten App, wie zum Beispiel die Files-App, hier über einen längeren Druck auf das Icon hier weitere Dateien aus dieser App in diese zwei offenen Apps hinein zu verschieben. Drag & Drop kann aber auch anders funktionieren, nämlich durch das ganze System durch. Das heißt ihr nehmt einfach irgendwo eine Datei und haltet sie mit eurem Finger fest und könnt dann irgendwo hin wechseln, in irgendeine App, zum Beispiel jetzt in die Notizen-App eben und könnt das dann dorthin fallen lassen. Und solange ihr das mit eurem Finger festhaltet, könnt ihr auf eurem ganzen iPad überall hingehen. Das verschwindet dann nicht irgendwann. Das gleiche geht auch mit einem Text, auch da, den kann ich einfach markieren, halten und dann hier die Notizen-App öffnen und das dann direkt hier fallen lassen. Allerdings in dem Fall wäre das über die Split-View-Ansicht ein bisschen angenehmer, wenn man hier Safari-Notizen direkt nebeneinander offen hat. Es gibt auch einige Anpassungen für den Apple Pencil. Zum Beispiel, wenn ihr auf eurem Lockscreen seid, dann braucht ihr einfach nur mit dem Apple Pencil auf das Display tippen und es öffnet sich direkt eine neue Notiz. Also so eine Schnell-Notiz-Funktion, sage ich mal. Ich zeige euch das nochmal einfach kurz, das Antippen und das iPad ist dabei noch gesperrt. Ihr habt nur eine neue Notiz offen. Für den restlichen Zugriff müsst ihr das iPad dann natürlich über einen Fingerabdruck entsperren. Ein anderes Beispiel wäre auch die neue Screenshot-Funktion, wo ihr dann direkt mit eurem Apple Pencil auf diesem Screenshot etwas markieren könnt. Insgesamt ist es auch so, dass der Apple Pencil und die Tastatur viel nahtloser miteinander arbeiten. Also in einer neuen E-Mail könnt ihr mit der Tastatur was schreiben und zwischendurch auch mit dem Apple Pencil was dazu skizzieren. Das wird nicht mehr voneinander getrennt. Bei der Tastatur selber habt ihr auch die sogenannte Quick-Type-Funktion. Und zwar könnt ihr die einfach so von oben nach unten ziehen und könnt dann diese leicht gräulichen Symbole, die dahinter liegen, aktivieren oder eben eintippen. Das Ganze geht wirklich sehr zuverlässig, sehr schnell und sehr flüssig und es handelt sich dabei eigentlich um die Tastatur, die erscheint, wenn ihr eben unten auf diesen Button geht oder ihr habt auch hier Tasten, die dahinter liegt sind und das sind wiederum die Tasten, die dann kommen, wenn man in dieses Layout wechselt. Also ihr versteht sicher, was ich meine. Es sind immer die Tasten, die so quasi dahinter liegen, auf die ihr dann sehr schnell zugreifen könnt. Eine praktische Funktion ist auch der integrierte Dokumentenscanner. Den gibt es natürlich auch auf dem iPhone, aber am iPad finde ich das besonders praktisch mit dem großen Display, ihr haltet euer iPad einfach über das Dokument drüber und es wird automatisch eingescannt und da kann man auch mehrere Seiten hintereinander einscannen. Ist dann natürlich auch sehr angenehm, wenn ich direkt mit dem Apple Pencil hier irgendwas dazuschreiben oder etwas unterschreiben kann. Ich kann dann hier noch auswählen, ob das als Farbbild, Graustufenbild oder Schwarz-Weiß-Bild eingestellt werden soll, damit es eben einem gedruckten oder gescannten Dokument etwas ähnlicher sieht und genauso kann ich das dann auch hier noch zuschneiden, falls das nicht perfekt getroffen wurde und wenn ich dann fertig bin, wird das dann so in der Notizen-App gespeichert. Ja, das war es dann auch schon mit iOS 11 speziell für das iPad. Das waren all die coolen Funktionen, die eben für das iPad gemacht wurden und ich finde, das bringt das iPad schon auf ein ganz neues Level. Man sieht, wie viel noch durch die Software aus dem iPad herausgeholt werden kann und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch gerne drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.